Warum das denn jetzt? Dann hol ich euch hier nochmal. Da ist ein Schalter, Kirbys, da bleibt ihr jetzt. So, dann mach ich das alleine. Kirby tot. Nein, diese Flugdinger, die mir so auf die Eier, von hier dauert alles wegen denen. Akin. Ouch, oh mein. Wer ist er denn? Dead Star Terrorist! Boah, das Spiel ist zu schwer für mich, ey. Noll. Soll wir doch um Asterix umsteigen? Alter, ich bin schon wieder toooot. Was? Knutsch mich nicht! Knutsch mich nicht! Knutsch mich nicht. Wer bist du denn? Äh, ein fetter. Aber... Aua, oh Mann. Alter, warum haut er denn so oft zu, der Safnack... Knack, näh. Safnack! Gefällt mir nicht. Passiert da irgendwas? Extreme Terrorist! Hä? Was sind denn alle für Sachen hier, die man freischt? Ich verstehe das nicht. Hä? Das ist ein Bonus-Level oder was? E.K. Kraft hat mich. E.K. Kraft hat mich. Und Kirby freut sich aber auch immer. Aber ich krieg keine scheiß Scherbe hier. Und jetzt bin ich wieder am Anfang. Hä? I don't know. Jetzt hab ich vergessen, wo ich reingegangen bin gerade. Geh mal hier rein. Das ist total verwirrend, ey. Die Fliese real. Und Schiss. Ich hab gewonnen! Boah, Alter. Mit der letzten Hasenfuß-Technik vor dem Herrn, ey. Ich hab mich einfach irgendwo hingestellt, wo der nicht hinkonnte, oder wo der hin musste, besser gesagt. Und hab den die ganze Zeit verprügelt. Heiß. Ich hab noch ein Leben, ey. Ich hab noch sieben. Oh Gott! Was ist das denn? Heiß. Jetzt hab ich wieder sieben Leben. Die kommen denn da hin, verdamm ich! Die werden mal Bomben können. Er explodiert. Bomben los. Das sind meine Freunde. Oh, er ist ein Engel. Hier ist ein Angel. Läuft wie auch hinlegen. Voll der Link. Good Job, Alter. Meine eigenen Kumpels schlagen die Gegner in mich rein, sodass ich meine Fähigkeiten verliere. Die wissen, wie es läuft. Wie das aber auch aussieht, ich vorne weg mit dem Schwert nach oben gesteigt. Folgt mir, Soldaten! Hände den Weg! Ins Ende! Biss! Schieh, Schieh, Schieh! Entschuldigung! Ah, Lisa! Gesundheit! Lile-Laratz! ich mag spiel mit kürbys alles was explodiert ist ein terrorist ich kann ja auch nach oben smashen die geiles köpfe kann das was link nie konnte ein bomb auch nach oben werfen durch das mache ich ohne oder diesen komischen ah ich will nicht haben Moxin LOL LOL wir sind ja alle Terrorist Tch really ok das verstehe ich ok easy das ist uncool gewesen ich hab mein Schwert verloren nein da ist es da ist es du explodierst heute nirgendwo ah ein neuer Schalter juhu ein neuer Weg ist frei glaube ich ja das sieht so aus ne ich möchte Feuer behalten fire the hole bei mir war er denn na an Seestern mit Turboantrieb Aua jetzt da hin boah boah du bist so ich hätte jaaa da kann man hier eine freie Steine ich brauch eure Hilfe mal äh lol du kannst deine Kumpels abknutschen äh das möchte ich gar nicht das gibt dir aber Gesundheit wieder äh ok dann werde ich halt gay haha mega geil lol der hat sein Kumpelglas spuck ihn aus ich kann meine Kumpels aufsaugen wie geil ist das denn dieser Spiel bietet viele Dinger an ich wollte meine Kumpels schon nochmal aufsnacken alles ja ich weiß ja wahrscheinlich worauf ich achten muss wenn du das nächste Mal zum Besuch bist ich hab Horka ich hab ihn ja mit dem Schwert am Schlitzen ist äh das ist geil oder das ist so cool aber verschieden wenn du nach oben drückst und nach unten drückst dann ist sowas Schwert so was ist denn hier dann du youtuber Really ja habУ weh das hat wer ist er denn Einer meiner Curbys. Hau ab, mein Junge. Kochtopfrochthelm. Alter, voll geche... Weißt du, was voll der Cheat ist? Wenn die Gegner über Obstacles oder über Wänden sind, die über dir sind. Wenn du nach oben springst, kommst du ja nicht durch. Aber wenn du mit dem Schwert nach oben drückst, triffst du die Trotze. Du bewegst dich dafür dann quasi durch die Wand. Wies. Voll der Mega-Cheat. Ich bin falsch im Curby. Nein, mein Schwert! Kann man das eigentlich irgendwo bei der Matten schieren? Ach, guck mal. Nein, mein Schwert! Das ist eine Karte? Ach, jetzt guck mal eine an. Was ist das denn für eine Karte hier? Ziel. Ich bin auf der Regenbogenroute gerade. Ja, ich auch. Da ist auch noch ein Ziel. Da ist auch ein Ziel. Gebiet 3? Wuuuuh! Okay, ich muss da hin und dann nach links. Und da ist Gebiet 4. Okay, also nach links. Oh Gott, funktioniert. Wie ist das? Bo Okey. Da sind Spikes überall. Hä? W- W D F ist die stahlgarde du hast hier keine macht wer bist du denn ein koch er hat mich in seiner pfanne drin chefkoch kirby er kommt bei einer her essenszeit hast du jetzt eine pfanne oder was ich hab kochtopf und ich brutzel gerade meine leute habe meine feine in essen verwandelt kann ich nur einmal machen aber das ist ja mega geil dafür habe ich meinen kämpfer aufgegeben egal weiter ohne witz dass hier dauernd die gegner nachspawlen müssen hier ist der elefant und seit jeher fast genauso dumm wie bei joshis eine riesige brennende fledermaus als ob elefant ist ja wirklich nervig er hat mich aufgegessen weg du scheiß elefantant lodermaus er stirbt man jetzt bis er tot und gegessen wuhrf looool geschafft wurf ist ja übertrieben stark hau ab man schaft pixi da willst du was und weg weg mit dir weg mit dir du hure scheiß loda maus ich hab mein schwert verloren nein 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 bei einem leben töte ich mich einfach wunderschönen als feine sie über diese scheiß maus zählt jetzt nicht weißt du hab mich jetzt ich hab gerade mit dem bosskampf mit nur ein leben überlebt und weißt du was mich jetzt umbringt so ein fake stein ich will den weg machen und der bringt mich um voll kacke den müßigen vor allem okay das müsste ja mini kirby sein tatsächlich minimum aber der kann auch nix oder lasst mich in ruhe doch der kann hier durch nein ich brauch den ich brauch den ich kipp ihn her dankeschön jetzt aber da ist ne tür da kann ich durch als mini kirby komm hier nochmal Sir Kibble was willst du man was willst du ich bin Cyclops alter wie der mir damage drückt alter wie der mir damage drückt gib mir den ja habst du keine ahnung wo ich jetzt gerade hin muss ist ein stern will ich den nehmen ist das wie so ein kack bonus stern oder komm ich jetzt irgendwo mal hin wo es mir übern